Herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Erklärvideo zur Lehr- und Lernplattform LernSachs. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie man als Schülerin oder Schüler seine Lösungen zu einer Aufgabe für die Lehrperson hochlädt. Dazu gehen Sie bitte wieder auf lernsachs.de und loggen sich mit Ihrem Nutzernamen und Kennwort ein. Begeben Sie sich in die entsprechende Klasse oder Gruppe. Klicken Sie links unter dem Punkt Organisieren auf Dateiablage. Sie finden dort die von der Lehrperson zur Verfügung gestellten Aufgaben. Um eine eigene Lösung hochzuladen, klicken Sie auf Datei hochladen und wählen Ihre Lösungsdatei von Ihrer Festplatte aus. Ein Klick auf Datei hochladen und die Datei wird in die Gruppe gestellt. Jedes Gruppenmitglied kann nun darauf zugreifen. Vergessen Sie nicht, sich zum Schluss abzumelden. Wir hoffen, das Video hat Ihnen geholfen. Wenn sich Fragen ergeben, bitte einfach in die Kommentare zu diesem Video schreiben. Diese finden Sie, wenn Sie auf der Seite etwas runterscrollen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.